Servus Kameraden, willkommen zurück zu VOT Live. Ich bin Kohle, wir fahren Leopard Stufe 5 auf Leopard der Deutschen in einem Stufe 7 Gefecht auf Windstrom. Wir sind hier. Klären Sie eine Selbstfahrlöffelte auf und beschießen Sie diese. Haben Sie zwei? Könnte ich machen. Probieren wir gleich mal aus. Black Prince als Redner. KV2, M6, KV1. Die, die wir wahrscheinlich in der Stadt treffen werden. Black Prince, einer der schlechtesten Stufe 7 Heavys, die es gibt, ändert nichts daran, dass der halt zwei Stufen höher ist. Und ich deswegen mich mit dem gar nicht anzulegen brauche. So. Art hier aufklären und beschädigen. Kanone ist ziemlich gut. 30 mm, 90 Durchschlag, 30 Schaden pro Schuss. Klingt jetzt erstmal nicht nach viel. Aber es sind auch nicht 5 Schuss oder 4 Schüsse im Magazin, sondern ich glaube jedes Mal 3, die rausgehen. Also insgesamt 12. Und das macht dann am Ende den Bratenfett. Nicht wahr? So, und von da kommt das bei nichts. Erstmal. Keine Ahnung, warum wir auf der rechten Sähe dann fest. Noch nie was gebracht. Okay. Da ist der KV1. Da ist der Black Prince. So bin ich in der Kodur hier. Das meine ich mit böse Kanone. Wirkungstreffer. Ziel verloren. Der Bischof war natürlich geschossen und getroffen. Wie frech, wie frech. Feuererlaubnis erteilt. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Hier sieht man ein bisschen Schaden machen. Ich stehe vor dem Teil. Das heißt, ich komme da nicht mehr durch. Dann ist es auf mich ausgerichtet. Feuererlaubnis erteilt. Erwischt. Ja, Black Prince tut weh. Schießt auch recht oft. Inzwischen wird mächtig umrundet aktuell. Bei dem. So. Heißt für mich, ich muss die Art hier aufklären. Einer haben wir noch. Kann kein anderer aktuell. Aber ja, jetzt so weit weg sind. Und beschädigen. Noch dazu. Und überleben wir schön. Da steht sie. Verschädigt. Kritischer Treffer. Das müssen wir überleben. Ziel verloren. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Einbleiben. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Feuererlaubnis erteilt. Wir haben Sie nicht mal angekratzt. Wir haben Sie nicht mal angekratzt. 9 zu 6. Die M12 ist noch. Der KV2 ist noch übrig. Wir haben Sie nicht mal angekratzt. Das ist nur ein bisschen erschreckend. Wir haben Sie nicht mal angekratzt. Ich sehe Sie nicht mehr. Wenn du den nicht mehr siehst. Uh. Kleine Pirouette drehen. So. Arti ist raus. Panzer Selbstfallerfeld ist noch übrig. Die würden Sie hoffentlich jetzt nicht herausnehmen wollen. Da oben steht sie, naja, das ist sie nicht, da ist die Hellcat, ebenfalls Stufe 6, das sieht mir nach einem 1er aus, den ich jetzt bekomme, sieht nicht schlecht aus, Schirrmann sitzt in der Nähe vom Cap, das heißt für uns, uns hier herstellen, Cap zu zweit, noch 45 Sekunden, vielleicht kommt da noch jemand dazu, bleibst du bitte im Cap, danke sehr, na schauen, 887 Schaden haben wir gemacht, ein Kill, reicht aber, brauchst mich hier nicht schützen, ich glaube nicht, dass der Schirm nochmal hier herkommt, also das kaputt fahren, so, bumm, 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 ein bisschen schneller wäre, 60 ist das Maximale, Kanon ist wirklich übel, Wahnsinn, habt ihr gerade gesehen, ich hoffe, was sie kann, so, Siegter Cap, sehr schön, und eine Aufgabe erledigt, das ist fein, da gibt es wieder ein bisschen extra Knete, damit können wir eh was anfangen, erfüllt, 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 sehr schön, sehr so, Teamauswertung, wir sind Platz 2, also 5 und ein 6er Gefecht, äh 7er Gefecht, schön, Amix, M445, 3 Kills, 1.445 Schaden, sehr gut, 38.000 haben wir in den Hause von 43, gut, so, ein Schläger haben wir gekriegt, ein 2 haben wir gekriegt und ein Wirkungsfeuer, super, das Video gibt es gleich nochmal online, ich hoffe, es gefällt euch, ihr klickt fleißig drauf, lasst mir ein Like da, und ein Abo für meinen Kanal, ich freue mich drüber, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bleibt bis dahin natürlich für immer eure Keule, macht's gut, ciao.